Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Review und zwar habe ich von Schakun zwei Gehäuse zugeschickt bekommen und eine Wasserkühlung. Die Wasserkühlung S70 RGB ist eine 240er, die werden wir testen auf einem 12700K, so wie ich das immer mache. Der Sockel ist ja auch noch relativ aktuell und dann hätten wir hier einmal das VS8 als Gehäuse und das VS9 und die schauen wir uns heute mal an. Die Wasserkühlung werde ich erstmal so Standalone testen, wir werden die mal auspacken, mal gucken was da so drin ist, welche Sockel werden unterstützt und so weiter. Dann werde ich damit sozusagen einen Check machen mit Cinebench und dann werde ich auch jeweils ein System sozusagen bauen in den Gehäusen und werde da die Wasserkühlung auch testen, weil man sieht schon, das Gehäuse hat eine sehr geschlossene Front, hier sind zwar an der Seite ein paar Lüftungsschlitze, aber das hier hat definitiv mehr Airflow und vielleicht kriegen wir da auch andere Ergebnisse. In den Gehäusen werde ich auch so testen, dass ich dann noch einen Belastungstest mit Grafikkarte zusammen mache. Das bedeutet, die Abwärme der Grafikkarte muss ja auch irgendwo hin und von daher kann man das in einem Gehäuse besser testen. Wenn ich jetzt eine Testbench habe und teste da auch mit Grafikkarte, bringt das nichts, weil die Testbench liegt und die Wärme steigt nach oben und ist dann sowieso weg. Und ich würde sagen, wir packen jetzt die Wasserkühlung einfach mal aus und testen die mal. Hier an der Umverpackung seht ihr auf jeden Fall schon mal, wie das Ding aussehen soll. Das bedeutet für euch, ihr könnt diese Wasserkühlung bzw. diese Beleuchtung halt einfach über eure Mainboard-Software steuern, sei es Asus Aura Sync oder MSI Mystic Light oder RGB Fusion von Gigabyte, wobei da bin ich mir nicht so sicher, weil diese RGB-Software einfach nur spinnt. Aber ist ja egal, ihr könnt auf jeden Fall mit jeder gängigen Software diese Wasserkühlung ansteuern. Hier seht ihr jetzt halt auch die Sockel, die unterstützt werden, wenn euch das zu schnell geht, einfach das Video stoppen. Auf jeden Fall AM5 wird unterstützt und auch eben Sockel 1700, das sind ja die aktuellen Intel- und AMD-Sockel. AM4 geht natürlich auch, wenn ihr noch ein älteres System habt. Und hier vorne sieht man halt auch 5 Volt RGB sozusagen für die LEDs, 5 Volt ARGB-Controller. Hat eigentlich jedes aktuelle Mainboard. Hier steht auch nochmal, dass sie adressierbar sind. CPU-Kühler mit RGB-Beleuchtung und Spiegeleffekt, das werden wir ja gleich sehen. Kompatibel mit gängigen AMD- und Intel-Sockeln. Ja, das ist klar. Kupferplatte, hat eigentlich auch so ziemlich jede Wasserkühlung. Drehbares Logo, okay, wenn ihr die vielleicht ein bisschen andersrum einbauen wollt. Einige wollen die Schläuche ja irgendwie nach links drehen, andere nach rechts. Manchmal kolliert ihr das auch mit dem Rahmen, da hat man keine andere Wahl, aber das Logo kann man auf jeden Fall drehen. Lüfter mit Drehzahlbereich von 600 bis 2000. Also ich werde gleich nichts einstellen. Ich werde die ganz normal montieren und werde das Mainboard machen lassen, regeln lassen. Ich werde auch erstmal nichts abriegeln, was die Umdrehung angeht. Flexibler Einbau durch Textil und mantelte Schläuche. Ja, von mir aus. Das Erste, was uns begrüßt, ist hier auch die Anleitung. Und hier sieht man es auch, das Mounting Bracket ist dabei, die Backplate ist dabei, diese Abstandsschrauben, also von daher passt das. Und das hier ist so eine typische Wasserkühlungsmontage jetzt für unseren Fall, für LGA 1700. Zeige ich euch gleich aber noch, wie ich das genau mache. Ist es halt so ein richtiges Standard-Montagesystem, habe ich auch schon bei Endorphy gesehen, bei Deepcool gesehen, von daher nichts Besonderes. Dann hätten wir hier die typischen Splitter-Kabel für ARGB und eben auch für die Lüfter. Das ist einfach das komplette Montageset. Das hier wäre jetzt auch so ein Lüfter. Davon haben wir zwei Stück mit so gummierten Kanten. Das heißt, die Schwingungen werden nicht ganz so krass übertragen, eben auch jetzt den Radiator oder das Gehäuse. Und hier hätten wir dann den Radiator, wo ihr jetzt die Lüfter platziert, ob obendrauf oder unten drunter, bleibt euch überlassen. Ich baue das grundsätzlich so, dass ich von unten die Lüfter dran mache und das Teil dann oben unter das Gehäuse schraube. Und jetzt weiß ich auch, was die mit Spiegel in der Oberfläche meinen. Ja, die spiegelt definitiv. Die Frage, die auch ganz häufig gestellt wird, ob die Wärmeleitpaste voraufgetragen ist oder so dabei liegt. In dem Fall liegt sie dabei. Finde ich persönlich auch irgendwo besser. Kann man sich selber entscheiden, wie viel packt man drauf oder kann man nochmal wiederverwenden. Das Problem ist halt einfach, wenn Wärmeleitpaste irgendwie voraufgetragen ist, den montiert ihr einmal. Ja, und dann müsst ihr zusehen, wo ihr Wärmeleitpaste herbekommt. Bei der Backplate war eben noch so ein Montagehinweis dabei, dass man das hier richtig einstellen soll, aber das ist so leichtgängig. Das könnt ihr eigentlich gar nicht falsch einstellen. Denn im Endeffekt wird diese Backplate einfach nur hinter das Bord gepackt und die Löcher, die ihr hier habt, die haben halt den passenden Abstand. Das kann man gar nicht falsch irgendwie reinfummeln. Was ich übrigens auch gut finde, hier hat alles eine Bezeichnung. Hier haben wir jetzt AMD. Hier hätten wir dann jetzt LGA 1200. Dann haben wir hier LGA 2011. Also ihr könnt das auf jeden Fall nicht vertun. Und für unseren Fall nehmen wir jetzt natürlich die 1700er. Also im Endeffekt habe ich jetzt einfach nur die Backplate genommen, die dahinter gelegt. Dann diese Schrauben mit diesen Silikonteilen da versehen. Da stand so in der Anleitung. Hab die festgeschraubt. Und jetzt setzen wir noch diesen Rahmen drauf und schrauben den auch fest. Was mir gerade auch auffällt, diese Befestigungsart sieht so richtig typisch nach Ace-Tag aus. Das ist jetzt nicht schlecht, aber viele Hersteller produzieren einfach Wasserkühlung über Ace-Tag. Und dann ist die Montagemöglichkeit immer gleich. Weil das hatte ich bei der Asus Ryogen auch schon so. Auch ganz wichtig, wenn ihr mal irgendwann sowas selber baut, nehmt bitte diese Folie ab. Es gibt so viele Leute, die das vergessen und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, weil sonst habt ihr beschissene Temperaturen. Und so sieht das jetzt aus, wenn ich Wärmeleitpaste drauf mache. In der Anleitung stand übrigens, dass man so einen Erbsengroßen Tropfen drauf machen soll, aber es bleibt sowieso eine Menge übrig. Von daher macht euch da keine Gedanken. So ist es schon okay. Einige verstreichen es auch, aber ja. So, die Wasserkühlung ist jetzt soweit montiert. Ich habe den Rahmen nochmal abgenommen, den dann da drauf gedreht und dann wieder festgeschraubt. Aber dann habt ihr zumindest mal gesehen, wie das Ganze festgeschraubt wird. Was ich nicht so ganz verstehe, also Daisy Shane ist ja ganz geil. Also ihr könnt dann diese Lüfter hier einfach ineinander stecken. Habt dann hier ganz normal diese PWM Nummer. Bei dem RGB haben die wieder so eine Extra-Wurst. Also das ist irgendwie so ein 3-Pin-Ding. Da ist ein Adapter mit dabei, damit ihr das später ganz normal auf dem Mainboard auch festklemmen könnt. Ja. Warum geht man nicht einfach her und nimmt einen Lüfter, hat 5 Volt ARGB und steckt die ineinander? Wäre viel einfacher. Macht es auch leichter, wenn man später mal irgendwie Lüfter dabei kaufen möchte oder so. Das ist jetzt halt wieder so ein proprietärer Anschluss, der dann adaptiert wird auf den ganz normalen, den ihr auch kennt. Aber ich finde das ein bisschen blöd. Direkt einfach diese Stecker nehmen, dass man die Lüfter ineinander steckt. Auch Daisy Shane und dann ist gut. So, das System läuft soweit. Ihr seht auch diesen leichten RGB-Ring. Glaubt mir, ohne Kamera sieht es einfach besser aus. Also mit der Kamera lässt sich das ganz schlecht einfangen. Es ist auch so, dass ich den ganz normalen Rainbow-Effekt jetzt genommen habe über RGB Fusion von Gigabyte. Und eventuell kommt es ja so ein bisschen besser rüber. Also es sieht wirklich schnieke aus. Die sind auch viel kräftiger, die Farben. Die Kamera kann das jetzt leider nicht so einfangen. Ich habe das jetzt auch erstmal hochkant gestellt, weil es gibt ja auch Leute, die die so einbauen. Also quasi in die Front und dann die Schläuche nach unten, damit sich die Luft sozusagen da oben sammelt und nicht irgendwie in den Pumpenkopf wandert. Und ich habe es hier auch nur angelehnt. Also die Fläche ist komplett frei. Ja, jetzt können wir einfach mal testen mit Cinebench. Wir werden jetzt hier noch einen 10-Minuten-Run machen, wie es von Cinebench halt so vorgegeben ist. Ihr habt hier immer die Temperatur gesamt quasi vom Prozessor. Und dann habt ihr hier die Gesamtleistungsaufnahme. Die ist auch noch ganz wichtig. Er dürfte sich jetzt so, ja, 180, 190 Watt reinschrauben. Vielleicht sogar 200. Mal gucken, ob die Wasserkühlung das schafft. Und ich zeige euch jetzt diese 10 Minuten einfach mal im Zeitraffer. So, jetzt haben wir circa 10, 11 Minuten rum. Ihr hört vielleicht auch den Lüfter im Hintergrund von der Wasserkühlung. Aber man sieht, 12.700 K mit im Schnitt 165 Watt Leistungsaufnahme. 78 Grad. Ganz easy. Kann man machen. Außerhalb von einem Gehäuse natürlich. Jetzt testen wir die ganzen Nummern natürlich auch noch in dem Vs8 und dem Vs9. Und schauen mal, wie es da so um den Airflow bestellt ist. Bevor wir das allerdings machen, einmal hier der Test mit dem Dezibel-Messgerät aus ungefähr 20 cm Abstand. Ja, 48 Dezibel. Die ist jetzt natürlich schon laut. Sie ist jetzt gerade unter Volllast. Und realistisch ist das sowieso nicht. Wenn ihr zockt oder was, wird der Prozessor sich niemals 170 Watt oder so reinpfeifen. Und auch gerade bei so einem offenen Aufbau. Wenn das Ding im Gehäuse ist, da ist noch eine Glasscheibe zwischen und so weiter, dann wird das auch ruhiger sein. Jetzt im offenen Betrieb ist es halt leider so. Und wo wir gerade dabei sind, bevor ihr euch wundert, dass die Lüfter sich hier nicht drehen. Die ist halt jetzt nicht unter Last. Und die Lüfter fangen erst an zu drehen, wenn sie unter Last ist. Hatten wir auch schon ab und an die Frage bei uns im Discord. Warum drehen sich die Lüfter von meiner Grafikkarte nicht? Ja gut, ohne Last haben die meistens so einen Quiet-Modus. Und dann drehen die sich halt nicht. Und nur, damit ihr es jetzt auch mal seht. Also ich starte jetzt einfach mal OCCT, den Powertest, den wir auch gleich im Gehäuse machen werden. Ganz kurz, damit ihr das mit den Lüftern seht. Ja, jetzt läuft wieder diese 10 Sekunden Nummer da ab. So, und jetzt starten wir das Ganze mal. Und da fangen sie sich an zu drehen. Manchmal läuft auch nur ein Lüfter. Habe ich auch schon gesehen. Und die fängt auch schon wieder gut an zu blasen hier. Dann läuft nur ein Lüfter, weil der dann ausreicht und der dann auch sehr langsam. Aber so seht ihr das halt von der Funktion her. Und ich würde dann auch sagen, ich packe das Ganze jetzt erstmal in das VS8-Gehäuse rein. Das hier ist das VS8. Das ist in der weißen Variante als RGB-Variante. So ein Chacunes. Das bringt zwei Frontlüfter mit und einen RGB-Hecklüfter. Die Frontlüfter sind leider nicht beleuchtet. Wenn ihr die Lüfter weglasst, also die beiden Frontlüfter und hinten einen normalen haben wollt, dann kostet die ganze Nummer 15 Euro weniger. Das Case, wie es jetzt so da steht, kostet roundabout 59 Euro knapp. Das andere habe ich für 44 Euro dann gesehen bei Geiz-Hals. Da ist halt wie gesagt nur ein Hecklüfter mit dabei. Das hier oben kennt man ja von den meisten Gehäusen. Eine magnetische Filtermatte. Was die Anschlüsse von dem Case angeht, haben wir USB-Typ C. Zweimal USB 3.0. Kopfhörer und Mikrofon. Getrennter Anschluss. Finde ich persönlich immer ganz nice. Ein Reset-Button und eben den Ein- und Ausschalter. Die Front von dem Case sieht man, ist geschlossen. Schakun bewirbt es jetzt auch nicht als Mega-Gaming-Gehäuse, sondern eher so Multimedia und Office. Gaming, ja okay. Wenn ihr jetzt so ein System habt für 1000 Euro oder was, kann man das auch noch nehmen, denke ich. Wir haben hier halt nur ganz kleine Lüftungsschlitze. Deswegen würde es mich gleich auch interessieren, was wir da so für Ergebnisse kriegen, wenn wir dann gleich das System da drin einbauen und dann die Grafikkarte auch mal mit belasten. In dem Fall ist das halt hier die 2060, die wir gleich reinschmeißen. Das hier ist übrigens eine ganz normale Glasscheibe, kein Plastik oder so. Was man ganz oft sieht bei solchen günstigen Gehäusen ist, dass diese Lüfter dann meistens irgendwie schwarz sind. Hier sind es wirklich weiße. Wie gesagt, der eine auch RGB beleuchtet. Hier unten habt ihr noch diesen Schacht. Das bedeutet, ihr könntet eine 360er Wasserkühlung in die Front bauen, wenn ihr das möchtet. Hier ist auch noch so eine Filtermatte, die hat sich beim Transport so ein bisschen verschoben. Die mache ich gleich wieder richtig. Ihr könnt aber auch potenziell oben, wie wir es gleich auch machen, eine 240er einbauen oder eben auch eine 280er. Was die Beleuchtung angeht von dem Lüfter, der hat halt diesen normalen RGB-Ring. Schakun verkauft diese Lüfter auch einzeln. Was in dieser Preisklasse gar nicht so selbstverständlich ist, ist einfach die Tatsache, dass wir schraubbare Slotblenden haben. Ist ganz geil. Wenn ihr, sag ich mal, von einem Micro-ATX zu einem Full-ATX-Board oder so wechselt, dann könnt ihr einfach diese Blenden wieder einsetzen und dann zuschrauben. Dann habt ihr keine Löcher hinten im Gehäuse. Bei den günstigen, also ganz günstigen Cases ist es halt so, da biegt man die raus und was weg ist, ist halt weg. Hier haben wir noch zwei Montageschächte für 2,5 Zoll SSDs. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage unbedingt noch braucht, aber ist natürlich nice to have, dass es mit dabei ist. Die Aussparung hier vorne, wenn ihr mal den CPU-Kühler irgendwie tauschen wollt oder eine Wasserkühlung montieren wollt, die ist auch groß genug, da kommt die überall dran. Ob ich bei dem Preispunkt jetzt hier irgendwie gummierte Kabeldurchführung erwarten kann, weiß ich nicht. Es ist halt ein Cent-Produkt, das könnte man eigentlich noch machen. Sieht halt einfach schöner aus. So weiße Kabeldurchführung hier an diesen Löchern, das wäre jetzt echt noch geil gewesen. Die Front habe ich jetzt auch einfach mal abgenommen. Da habt ihr auch nur so einen magnetischen Staubfilter dazwischen, das passt soweit schon. Und die war halt einfach auch nur gesteckt. Also die könnt ihr ganz einfach abnehmen, dann saugt ihr da eben über diesen Filter so drüber und dann steckt er so halt wieder drauf. Hier auf der Rückseite könntet ihr potenziell auch noch zwei SSDs verbauen. Aber ich weiß nicht, wer von euch hat irgendwie noch vier 2,5 Zoll SSDs, die er verbauen möchte? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich benutze die Dinge halt gar nicht mehr. Einen HDD-Schacht haben wir ja auch noch, da ist gerade das Zubehör drin, das schauen wir uns gleich mal an. Aber die Schiene ist halt auch in weiß gehalten. Sind so kleine Dinger, da achte ich so ein bisschen drauf, weil meistens wird dann so eine Standard-Schwarze genommen, wie man sie halt in einem anderen Gehäuse verbaut. Hier ist es wirklich auch eine weiße. Da seht ihr hinterher nichts mehr von. Aber ist halt nett, dass es da ist. Was ich hier auch ein bisschen schade finde, ist, dass Schakun einfach auf DC-Lüfter setzt. Also ein PWM-Lüfter hätte das durchaus sein dürfen. Den könnt ihr zwar auch von der Drehzahl her regeln, aber dann halt über die Spannung. Woran sie aber immerhin gedacht haben, wir haben hier eine Steuerungsplatine für RGB. Es ist nur eine kleine Platine, aber immerhin ist eine drin. Die wird über den Reset-Knopf von diesem Gehäuse gesteuert. Das heißt, ihr könnt einzelne Beleuchtungsprofile durchschalten. Damit wird hier einmal der Hecklüfter angesteuert. Und über den Anschluss könnten wir gleich potenziell mal die Wasserkühlung anschließen. Gerade Multimedia und Office-Systeme haben halt meistens ein Mainboard drin, was keine RGB-Steuerung hat. Deswegen kann man das dann notgedrungen hier drüber machen. Oder ihr schließt den halt einfach mit auf dem Mainboard an. Kommt immer ganz darauf an, was ihr so verbauen wollt. Und was das Gehäuse sonst an Verkabelung mitbringt, ist einfach nur HD-Audio. Die ganz normalen HDD-LED-Sachen und so weiter. Dann haben wir USB-Typ C mit am Start. Klar, haben wir eben auch oben gesehen. Und diese beiden USB-3.0-Anschlüsse. Und man sieht halt auch, gut, bei so einem günstigen Gehäuse kabelmanagement-technisch nicht so viel los. Ihr habt so ein paar Befestigungsösen, um da irgendwie was festzumachen. Aber es ist halt wirklich, ja, halt ein günstiges Case. Aber hier unten versteckt sich auch noch ein Staubfilter. Den könnt ihr einfach unten drunter abnehmen. Ich drücke da jetzt gerade mal so ein bisschen gegen. Man sieht das hier. Der ist auch einfach nur magnetisch gehalten, halt für das Netzteil. Die beiden Frontlüfter sind übrigens auch DC-gesteuert. Leider. Was natürlich auch immer ganz interessant ist, wie lang darf die Grafikkarte sein, die ich hier verbauen möchte. Das messen wir jetzt natürlich nach mit den Lüftern hier in der Front. Weil das ist ja der Auslieferungszustand von diesem Gehäuse. Wenn ihr jetzt natürlich noch eine 360er Wasserkühlung hier vorne irgendwie einbauen wollt, dann fällt euch nochmal ein bisschen was weg. Also so 20, 25 Millimeter müsst ihr dann nochmal abziehen. Und wo ich das jetzt gerade so nachmesse, also 350 Millimeter darf die Grafikkarte haben. Das könnt ihr natürlich dann auch bei Geizhals nachlesen, wenn ihr da irgendwie mal nach eurer Grafikkarte sucht, wie lang die ist. Oder einfach auch selber nachmessen. Also 350 Millimeter mit diesen beiden Lüftern. Wenn ihr die rausbaut, habt ihr noch ein bisschen mehr Platz. Baut ihr eine Wasserkühlung ein, ein bisschen weniger. Und bevor ich jetzt vergesse, Kabelmanagement technisch, ja so zwei, etwas über zwei Zentimeter. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Das wäre dann jetzt auch erstmal so der grobe Überblick über dieses Gehäuse. Ich baue jetzt die Hardware ein. Und dann machen wir auch gleich mal den Check, wie das dann mit den Temperaturen ist. Ich werde natürlich auch die Lüfter anschließen, die hier verbaut sind, weil ist der Auslieferungszustand. Die Wasserkühlung kommt dann rein und dann gucken wir mal, ob wir Unterschiede haben gegenüber der Testbench. Weil wir, wie gesagt, ja hier nur diese kleinen Löcher haben. Ich bin mal gespannt. Ach ja, bei dem Zubehörpaket war übrigens hier halt die ganz normalen üblichen Verdächtigen, diese Schrauben. Eine Ersatzblende. Dann haben wir hier einen Splitter. Da habe ich letztes Mal so ein bisschen kritisiert bei Schakunen, dass da einfach ein Splitter fehlte. Den haben sie jetzt mit dabei. Damit könnt ihr auch alle drei Lüfter ansteuern. Und noch ein paar Kabelbinder. Was in dieser Preisklasse gar nicht so selbstverständlich ist, ist einfach die Tatsache, dass wir schraubbare Slotblenden haben. Das ist jetzt so ein Paradebeispiel zu früh gefreut. Es sind keine geschraubten Slotblenden. Die Schrauben sind natürlich schon vorher drin, aber es ist dieses blöde Rausbieg-Wabbelblech, was man dann da rausklappt. Und dann hat man halt die Löcher hinten im Case. Und ich hatte mich auch schon gewundert, warum haben die hier noch so eine Ersatzblende mit dabei, wenn die doch eh alle geschraubt sind? Ja, jetzt weiß ich es. Falls man ein Loch mal zumachen will. Aber das zweite bleibt definitiv dann immer offen. Wer jetzt gerade nicht zuordnen kann, was das zu bedeuten hat. Hier unten hat man ja noch weitere Löcher. Da kann man bei einem Full-ATX-Board zum Beispiel eine WLAN-Karte oder eine Capture-Karte oder irgendwas anschließen. Dann biegt man dieses Blech raus. Und wenn man sich dann irgendwann dazu entscheidet, gut, ich brauche jetzt die WLAN-Karte nicht mehr, weil ich mir womöglich ein Board mit integrierten WLAN gekauft habe, dann bleibt dieses Loch bestehen. Es sei denn, ihr habt halt dieses Blechli mit dabei. Ja, okay, eins ist dabei. Aber ob das ausreicht, ja, ich weiß nicht. Ja, zu früh gefreut. Also ihr könntet euch jetzt aussuchen, entweder sind die Schläuche zu lang oder das Gehäuse zu kurz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Die Schläuche, die haben hier so eine Biegung, dass sie halt auf die Grafikkarte drücken. Natürlich kann man den ganzen Kopf drehen. Dann gehen die Schläuche immer unten rum. Dann auf der Seite rein. Das Logo kann man drehen. Dann ist das gelöst. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Ist jetzt kein Weltuntergang. Das Kabelmanagement von dem ganzen Ding brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen. Ich habe die Kabel hinten reingeworfen. Der Deckel ging zu. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie feste drücken musste oder so. Das ist auch okay. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, diesen Lüfterfeuer demontieren, weil das sonst nicht passt. Zumindest mit diesem Mainboard. Das gibt mit Sicherheit Mainboards. Die haben keine so hohen Spannungswandler, Kühler und Abdeckung und so weiter. Aber das war schon sehr eng. Die musste ich vorher rausbauen. Und wenn ihr dann natürlich irgendwie auf die Idee kommt, hier eine 280er reinzubauen, die ja noch einen Ticken breiter ist, dann wird das da oben mit den Kabeln ein bisschen schwierig. Also eine Arctic würde ich schon mal gar nicht probieren. Aber so jetzt so eine 240er geht klar oder eben eine 360er in die Front. Und übrigens das hier, die RGB-Steuerung jetzt von der Platine, die hinten drin ist. Also ich habe jetzt nichts am Mainboard angeschlossen. Das ist einfach nur dieses Profil, was standardmäßig drin war. Ihr seht jetzt halt hier hinten diesen Hecklüfter, der ja schon mit dabei ist und eben die Wasserkühlung. Und die leuchten jetzt alle gleich. Das Ganze können wir natürlich auch noch durchschalten, indem wir hier oben diesen Reset-Knopf drücken. Das sieht geil aus. Das gefällt mir tatsächlich. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Nicht wundern, warum der jetzt gerade aufgehört hat zu drehen. Das war jetzt, weil der PC gerade am Starten ist. Ich schalte jetzt mal die Farbprofile so ein bisschen durch und labere dabei so ein bisschen. Also ihr habt rot, ihr habt hier diesen Mischmasch. Dann nochmal irgendwie Mischmasch. Also ihr seht es ja, wenn ich jetzt nochmal drücke, hier ist wieder rot. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie wechselt. Nö. Grün. Blau. Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? Ihr seht es ja. Das sieht auch nicht schlecht aus in Kombination mit Schwarz. Ob das jetzt so weiß passt, weiß ich nicht. Aber ja, doch. Es sind einige Profile mit dabei und ihr braucht halt kein Mainboard, was so eine Steuerung irgendwie mitbringt. Jetzt machen wir hier aber die Glasscheibe drauf und lassen dann mal OCCT rennen und gucken mal, was dabei rauskommt. Und ja, die beiden Frontlüfter, die laufen natürlich auch. Ich habe jetzt auch nichts an Drehzahl irgendwie eingestellt. Das Mainboard regelt das einfach nur Stock. Ich habe nichts umgestellt. Es gibt natürlich Silent Profile, Performance Profile und so weiter. Aber jemand, der sich jetzt einen PC kauft, auch bei einem Systemintegrator, hat meistens so ein Stock Profil drin. Und dabei belasse ich es jetzt auch. Okay. Ich habe jetzt gerade die Feststellung gemacht, dass wenn ich OCCT rennen lasse und nicht Cinebench oder so, dann pfeift er sich hier einfach mal 245 Watt rein. Das mochte er auch tatsächlich gar nicht so gerne. Ja, da muss ich jetzt für den Test, wo ich die Grafikkarte quasi mit auslaste, einmal im BIOS die Wattzahl limitieren. Ich glaube, wir waren eben bei dem anderen Test bei 180 oder 185 Watt, damit wir halt irgendwo ein faires Ergebnis kriegen. Also ich hatte jetzt nochmal nachgeguckt. Ich habe hier gerade mein Schnittprogramm offen und da waren wir bei ungefähr 165 Watt im Durchschnitt. Das steht da ganz rechts. Das werden wir jetzt einfach mal so einstellen. Wir waren ja bei dem ersten Test komplett unlimitiert unterwegs, aber Cinebench hat einfach nicht mehr rausgeholt. Deswegen, ich stelle das jetzt hier händisch einfach mal auf 165 Watt PL1 und PL2. Dann nagelt der sich darauf fest und dann haben wir auch ein schönes Ergebnis. So, die Einstellungen sind gemacht. Glasscheibe ist drauf. Schläuche drücken schön auf die Grafikkarte. Ja, das tut der Sache jetzt keinen Abbruch. Und dann starten wir jetzt mal den Test. Man sieht hier jetzt auch die Begrenzung 165 Watt. Das war ja das, was wir eben auch mit Cinebench auf der Testbench rausgeholt haben. Und dann habt ihr ja auch immer die Auslastung und dementsprechend die Temperaturen. Wir lassen das jetzt wieder 10 Minuten lang laufen und dann schauen wir uns die Ergebnisse mal an. So, jetzt haben wir circa 10 Minuten auf der Uhr. Es waren jetzt 10 Minuten 48 Sekunden. Der kühlt jetzt langsam wieder ab. Wir sehen hier jetzt 87 Grad. Das ist natürlich jetzt schon höher aufgrund dessen, weil die Grafikkarte auch Wärme abgibt. Wir hatten diese 165 Watt im Schnitt. Das stimmt auch. Mir ist jetzt allerdings noch eine Sache aufgefallen. Und zwar hatte ich noch nie irgendwie einen Vergleich gemacht von Gehäuse zu Testbench zu anderem Gehäuse und so weiter. Und dadurch, dass das Mainboard hier frei regeln kann, kriegen wir keine richtig guten Werte irgendwie. Deswegen werde ich jetzt die Pumpe und die Lüfter auf einen fest eingestellten Wert setzen. Das Ganze nochmal schnell durchlaufen lassen für euch quasi der Zeitraffer. Und dann werden wir das umbauen in das andere Gehäuse, was ja eine Meshfront hat. Und dann werden wir mal sehen, ob es da Unterschiede gibt. Ich habe jetzt die Lüfter von der Wasserkühlung einfach mal auf permanent 70% laufen. Egal bei welcher Temperatur. Die laufen jetzt immer bei 70%. Eventuell hört man das sogar im Hintergrund so ein bisschen. Das Gleiche werde ich jetzt auch mit der Pumpe machen. Und zwar lasse ich hier die Pumpe permanent bei 80% laufen. So, das testen wir jetzt in diesem Gehäuse, was keine Meshfront hat. Und dann bauen wir das einfach um in das Gehäuse, was eine Meshfront hat, in das VS9. Und dann testen wir das mit den gleichen Specs nochmal. Dann haben wir wirklich einen guten Vergleichswert. Wir limitieren jetzt auf 165 Watt. Und dann kann man sich die Temperaturunterschiede, sofern es denn dann welche gibt, auf jeden Fall mal anschauen. Dann lassen wir das Ganze mal mit den festgelegten Werten wieder 10 Minuten rennen. So, da haben wir jetzt unser Ergebnis. Wir hatten in der Spitze 92 Grad. Jetzt baue ich die ganze Geschichte in das andere Gehäuse um. Und dann schauen wir uns da die Ergebnisse auch mal an, wenn wir dann halt eine Meshfront haben. Im Übrigen ist das VS9, was wir uns jetzt angucken werden, baugleich mit dem VS8 bis eben auf die Front. Die Front bei dem weißen Case, haben wir eben gesehen, war so geschlossen mit diesen Seitenschlitzen. Und wie ich es eben auch schon gesagt habe, das VS9, das hat halt hier vorne Mesh. Deswegen, schauen wir mal, ob es da einen Unterschied gibt. Wir haben auch diesen einen RGB-Lüfter hinten drin. Wir haben in der Front die zwei Stück. Von daher ist das baugleich. So, das schwarze System steht somit auch. Hat auch diese RGB-Steuerungsplatine, worüber das jetzt gesteuert wird. Wir haben die gleichen Einstellungen wie bei dem weißen System natürlich. Das hat eine ganz schlichte Front hier vorne. Man sieht ein bisschen die Beleuchtung dadurch. Da seht ihr das Durchschimmern. Das bedeutet, wenn ihr jetzt in der Front auch irgendwelche RGB-Lüfter hättet, würde man das auf jeden Fall sehen. Ich würde auch sagen, quatschen wir gar nicht lange rum. Machen wir jetzt wieder den 10-Minuten-Test. Das ist jetzt natürlich interessant, dass wir hier sogar um 2 Grad schlechtere Werte haben als in dem anderen Gehäuse. Also entweder sind die Löcher hier schlechter als bei dem anderen Case oder die Distanz zu den Lüftern ist anders. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Das Einzige, was ich mir irgendwie erklären könnte, wäre, der eine Lüfter sitzt ja hier und der zweite sitzt hier unten, wo überhaupt keine Luftlöcher mehr sind. Das heißt, wir kriegen jetzt nur Frischluft von einem Lüfter, der andere ist hinter dieser Verkleidung. Aber ich wäre daraus nicht schlau. Ich hätte hundertprozentig gedacht, dass dieses Gehäuse besser abschneidet als das andere Case. Ich habe mich auch gerade nochmal vergewissert, dass die Dinger auch wirklich drehen. Aber ja, tun sie. Und um euch nochmal so einen kleinen Referenzwert zu liefern, die Grafikkarte hatte 76 Grad, auf dem Hotspot 92 Grad und 186 Watt Leistungsaufnahme. Sprich, wenn ihr euch jetzt eine Grafikkarte kauft mit 180 Watt Leistungsaufnahme und der Prozessor wird auch vollständig ausgelastet, reicht das Gehäuse gerade so, um das kühl zu halten. Beziehungsweise ihr könntet euch natürlich auch einfach eine dickere Wasserkühlung besorgen. Das geht auch. Kommen wir mal zu einem Fazit. Falls ihr es rauschen hört, es sind immer noch meine BIOS-Einstellungen hier drin, deswegen grauscht der jetzt. Ich wollte ihn aber auch nicht ausschalten, weil ein bisschen Beleuchtung kann ja auch nicht schaden. Es ist einfach so, es sind sehr günstige Gehäuse, muss man ganz klar sagen. Da baut man jetzt auch keine 3000 Euro Maschine rein, das ist auch klar. Wenn ihr aber bei einem Systemintegrator dieses Gehäuse seht und das ist so ein 1000, 1200 Euro PC, eventuell sogar mit Wasserkühlung, was von Vorteil wäre, dann könnt ihr euch die ruhig besorgen. Es ist halt immer wieder das gleiche Leid. Immer hinten diese Ausbrechblenden, bin ich kein Freund von. Dann die gummierten Kabelführungen fehlen, bin ich auch kein Freund von. Kabelmanagement bei solchen Gehäusen ist auch immer so ein bisschen meh. Nur bei Systemen, die jetzt halt, sag ich mal so 1000 Euro kosten, habt ihr auch nicht viele Kabel, die ihr irgendwie dahinter verlegen müsst. Wenn ich jetzt das vergleiche mit einem Lian Li, für 3000 Euro so ein PC, mit Corsair-Lüftern oder auch Lian Li-Lüftern drin von mir aus, mit der Steuerung und so, das passt da sowieso nicht rein. Was die Chakun S70 Wasserkühlung angeht, die macht ihren Job. Ist eine 240er Wasserkühlung, sieht dabei auch noch schick aus, also ich persönlich finde das halt schick. Auch wenn der Pumpenkopf so spiegelt und so weiter, ist ganz nice to have. Setz sich halt der Staub drauf, so ist es. Die steht gerade für knapp 80 Euro im Markt. Es gibt auch noch andere Hersteller, die für den gleichen Preispunkt auch 240er anbieten. Da entscheidet dann einfach die Optik. Realistisch war dieses Test-Szenario sowieso nicht. Also Grafikkarte zu 100% ausgelastet und Prozessor zu 100% ausgelastet habt ihr im Gaming einfach nicht. Dass je nach Spiel so ein Prozessor gerade bei Intel zwischen 70 und 150 Watt frisst, ja. Dass die Grafikkarte dann aber auch volle Möhre ballert, ist eher unwahrscheinlich. Was ich allerdings auch cool finde an den Gehäusen, ist die RGB-Steuerung, die mit dabei ist. Gut, es ist nur ein Anschluss, den kann man aber über so einen Splitter noch erweitern. Das ist nicht das Problem. Dann leuchtet alles einheitlich. Gerade wenn ihr ein älteres Mainboard habt, das vielleicht noch nicht 5 Volt ARGB mitbringt. Und wie ich eben auch schon erwähnt habe, Schakun bewirbt das ja jetzt nicht als Gaming-Gehäuse. Es ist Multimedia, Office. Wer ein bisschen Bling-Bling haben will, kann sich damit schon mal behelfen. Aber kurz gesagt, für so eine 2.000, 3.000 Euro Kiste nicht geeignet. Ist auch nicht die Zielgruppe für so einen 1.000 Euro PC beim Systemintegrator oder so. Kann man machen. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.